So meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Live-Kommentary, meine Freunde, und ihr seht schon, was wir gerade machen. Kleine Mistgeburt, was schreien ich, Alter? Nils, mach, du mach. Yo, Schnecke, Team Deathmatch am Start. Mit Marcel, mit Dominic, mit allmöglich, mit Noah, mit Adnan, mit dem Faker, und ich bin eins vor, ich bin eins vor Drohne schon, Leute. Jungs, das läuft auf jeden Fall, Schnecke, dem Essen ist die Regel, man darf nur kriechen, und der Try hat, und ich hab die Skorpion, so. Oh mein Gott, man kann nicht abhauen, das ist so schlimm. Ich weiß gar nicht, ob ich komplett hier durchpasst. Ja, ich schiehe jetzt hier hinter. Ja, ich bin auch ein vor Drohne, Jungs. Nein, nein, der hat mich gestackt. Nein, nein. Ja, ist hinter mir gespawnt, eins vor Drohne. Ich hab eins vor Drohne. Habt ihr das gesehen? Man kann, nee, die Treppen muss hochgehen, kurz. Ach, scheiße, dann geh ich die kurz hoch. Der hat mich gestackt und macht einen Triple. Doch mal wieder eine Herausforderung für euch. Adnan ist gelaufen. Oh fuck, die Treppen auch. Wir alle ihre Schockladungen speichern. Okay, ey, das ist echt sehr lustig, ich muss eben ausprobieren, Jungs, wenn ihr das besser schafft, als ihr am Ende müsst ihr auf jeden Fall meine Videoantwort posten. Ich glaube, ich kriege unten lang, oder? Ich weiß es nicht. Ich kriege unten lang, ich kann nicht so schnell gucken, wie ihr läuft. Nein. Nein. Der wird mich bitten. Wenn ich hier runterkrieche, dann... Ja, ich hab ihn. Er ist gequittet, Mann, gegen die Schnecken. Ich bin nur mal die Drohne. Ey, das Aim. Warte ich mal hier hoch. Ich bin wieder eins vor Drohne, Leute. Er ist gerade gequittet gegen ein Team voller Schnecken. Ach, heute übrigens auch mit Facecam, ihr seht's ja schon. Er ist auch gequittet, Alter, es ging ja da raus. Komm, 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 da brauchst du Hundesohn. Wer kriegt die hinter mir? Hat man, macht die Tür hier richtig dicht. Okay, das weiß ich nicht so. Ich bin eine vor Drohne, Jungs. Nein, den Ate! Ich auch, aber man kann sich hier... Nein, 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 ab, komm, hier! Ich hab Drohne, Jungs! Ich hab auch Drohne, ich hab auch Drohne, ich hab auch Drohne. Das heißt, eins vor Hunter-Kille, jetzt aufpassen. Oh, die Kunde haben da gesprochen. Ich hab vorreden und kontern. Ich hab den nicht gekillt, du weißt jetzt, du Fettsack. Oh, sie kommen alle über rechts jetzt. Jetzt krieg ich zurück. Nein! Komm doch, du! Aber man kann nicht treffen, ist so. Nein, ich hab auch Drohne. Ich stepp ein, zwei Hunter-Killer, wegen Aim-Fail. Ich hab ne Kontadrohne. Oh, ne Kontadrohne, Jungs, Jungs! Ich hab auch ne Kontadrohne. Ich hab auch ne Kontadrohne. Oh, ich renne immer aus dem Vorräte. Ah, ne, klar. Jetzt kommt, jetzt kommt's. Das ist warm aus dem Vorräte. Ey! Ich hab auch wie... Was? Was? Was er labert. Was? Was er labert? Nein! Ich hab auch ne Drohne für dich. Warte, ich hab jetzt Vorräte. Oh fuck, ey, alter! Du bist die Vorräte. Digga, du müsstest das gewinnen, wenn ich Schwarm bekomme, ne? Schwarm in den Vorräten. Wer hat die Vorräte? Ey, ich kann mir Techniker ändern, wenn du willst. Nein, oben, oben! Ah, gib ich ihm Hämmer! Nein, wie schön! Ey, ich hätte mir Techniker ändern können, du Vollidiot. Ich hab's dir darüber gesagt, und du nimmst es direkt mit deinem Leckhead. Klitschreiter. Haha. Rechts, rechts, rechts! Ah! Was ey? Iiiiih! Ich kann es platzieren, mega dumm, ich seh nicht was. Ah. Was ey? Guck ich aus. Oh mein Gott. Geschützt raus. So, ich muss ja die Treppen hoch. Oh, nein! Treppen hoch. Jungs, die Treppen hoch. Jungs, sieh gut aus. Ey, wie er da oben headglitsch, obwohl wir nur kriechen, dasselbe. Ey, soll ich mein Geschütz steuern? Ich kann mein Geschütz doch. Ah. Leute, wir haben schon 42 Kills, wir sind gut in der Zeit. Ja, Slice. Adnan kriecht da vor mir rum. Das sieht voll legendär aus, wenn alle kriechen. Nein! Mitte, Mitte, Mitte. So spielt der Impact Clan übrigens immer. Uuuuh. Wie schon beim letzten Mal gesagt, so hat Dexterity seine Triple Nuklear gemacht. Ja, so spielen wir immer, wenn wir uns zusammenspielen. Ja. Das ist der Impact Clan. Also ihr könnt auch mal mit Impact Clan vorbeigucken natürlich. Nein! In unserem Spawn. Nein. Mein Geschütz regelt das, Alter. Oh, scheiße, Mann. Ey. Energy, ich seh deinen Hintern. Fuck, renn weg. Ich will weg. Was, Jungs? Ich hab wieder Vorräte. Jungs, wirklich. Nein, der hat mich. Nein, die Granate, die Granate. Nein, 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 nein. Ey! Hör auf, ne! Scheiße. Way. Noch mal vorbeignt. Na, enter, enter. ausser. Man das wird auch investiert haben, einer. Fuck es um. Er musste erstmal hinkaufen. Ich muss erstmal hinkommen, genau. Warte. Warte, ich krieg preceden, warte, ich kriegmpreben. Ende hat die Wiener Klaue ich habe in der Nähe nicht immer zu sehen ist nämlich ganz so aber ein Schieße in Ammerkeit in Ammerkommission er kommt mit dem Zweiten Vorredner nicht und wo er geirrt sie geht ich habe die Wächterung ist sich nehmen nämlich wenn sie nicht in die zu nicht verarschen Der hätte den einfach weggecheatet hier. Die quitten, die sind alle negativ, Mann! Ey, sieh... 4 Kills noch! Last night, 360! Kills, 360! 360, doch! Nein, hinter uns! Muss ich erst mal umdrehen, Alter! Kommt schon! Ich will den last kill! Ja! Jawoll, Jus! Wahnsinn, Wahnsinn! Macht's nach, Freunde, macht's nach! Das Geschütz hat übelst eskaliert. So, also wenn ihr noch weitere Ideen für solche Team-Deathmatches habt, uns macht das auf jeden Fall Spaß, dann treibt's in die Kommentare und wir wollen uns natürlich wieder über unfassbare 500 Likes freuen auf diesen Krang-Shit. Ihr habt das letzte Wort, Freunde. Tschüss! Tschau, tschüss! Nicht so lange!